ja liebe freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren folge oder sie im auftrag des königs 2.5.5 in der el hiva version finko haben wir jetzt die file pakete gegeben das heißt also ich muss noch mal zum bruno doch nicht zum stefan der mich eventuell zu bruno bringen könnte aber gucken wir erstmal was sein status report uns bringt kann ich mit bruno sprechen nun mal überlegen der barkeeper findet dass du in ordnung bist hast wohl seinen halben schnaps vorrat ausgesoffen was finko sagt dass man sich auf dich verlassen kann gut sein vertrauen hättest du schon mal der jäger hans hat mir erzählt dass du ihm seinen bogen wieder gebracht hast sehr gut dann kann er bald wieder für uns auf die jagd gehen der jäger marcus hat mir berichtet dass du ihm bei der jagd geholfen hast solange du nicht bereit bist mir die 500 gold stücke zu geben werde ich dich nicht zu bruno lassen also treibe das gold gefälligst auf klar ja ja das ist also sozusagen nur noch der einzige punkt ich habe nur gold 30 ich muss was verkaufen kann ich den barkeeper eigentlich meine alkoholiker verkaufen dann muss ich mal gucken zeigt mir deine ware und wenn ja für wie viel weil ich habe ja irgendwie so komisches zeug ich da sehen man es braucht zwei vier drei da bringt doch alles nix wenn man hier bier anna bonus lebensenergie bonus meine biere mal verkaufen dann wacholder werde ich verkaufen was haben wir hier hall war es rum hier auch ich nicht mehr dann was bringt die honigwabe hier dann sieht gefährlich aus habe ich noch nicht ausprobiert gehabt dann weiß warum das verkaufe ich ihm auch mal und meine ja mein stand da oben ist sehr erklecklich das ist nicht so pralle gucken wir mal wo waren denn noch wen verkaufen können selber mal gucken ich finde ich muss ich auf die hau auf die applaus zu hauen finde ich die hat mir nur 20 stücke gegeben 20 weil ich eine ware such dir was ja such dir was aus ich habe meine muscheln noch nicht geöffnet die hornmuschel bringt neun jetzt bin ich mal gespannt wenn ich diese mich aufmache was dann rauskommt vielleicht gibt es ja so ein überraschungs bonus also und muscheln hat sich hier 60 wert was habe ich bekommene perle habe ich erhalten sehr gut hey zu finco zeigt mir dann such dir was aus dann bin ich jetzt mal gespannt perle bringt 18 das heißt also wenn noch in der anderen perle aber drin ist das habe ich vorher noch nie gewusst sondern noch nie ausprobiert so gletscher quads okay was bringt denn der kohle 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 gletscher quads hat da oben gesagt hier sind aquamarine aber trotzdem verkaufe ich jetzt verkaufe ich jetzt das ist jetzt so weit von einer sucht das ist jetzt sowas von egal also leute ach die klappen muss schon vergessen naja was soll man hier eisenbrocken brauche ich noch wo sind mir die komischen quarze was sind hier 21 kohle da haben wir den gletscher quads richtig so das ist ein bisschen kompliziert heute liebe leute also wenn die bärle wieder 18 das ist muschelfleisch erhalten okay ich zeichen ist das zu schnell was bringt ein horn und nur zwei dann haben wir hier salz und auch nicht fehlen nur zwei aquamarine verkaufen das nicht so stengel zum frauen man hier leeres blatt bringt auch nur eins und nicht aber bringt es weil wir sind es am baum stamm macht muss ich auch noch sehen so feldräuber zangen wolfsfell bringt auch nicht viel grüner novice bringt neun weisen erzborken auch nicht viel scharfes messer kann ja wo man ruhig kriegen jetzt bocken pfanne als schäfte weile moment mal kann man auch nicht verkaufen dann pech ich rechte ich überhaupt dann schwefel worten silberbrocken weil das ist doch alles nicht lassen holzfäller ex jede menge braucht noch nur ein gold 189 was lässt sich ja noch zu geld machen riesen und toll und sechs keiler fälle dann haben wir hier mein kohler zangen die zangen haare auf gebrochen und das sekret gewollt brauchen wir dann 20 flügel dann zähne dann und eines reptiles genau richtig dann 20 flügel herring wenn ich ja nicht mit den wänden machen hat die blatt behalte ich am besten noch einmal ganz ordentlich durchgehen hat dann noch nicht wenn ich ja mal ringe 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 der unbezwingbarkeit und ich eigentlich auf kaufen amulett der priester das nicht amulett der erz hat bringt 150 und was haben wir amulett der kraft bringen der gewandtheit leute sorry der erz hat mache ich so noch 45 gold amulett der kraft hänger der gewohnung sie ja lasse ich mal ringe der gewandtheit schicklichkeitsbonus nur drei gibt 45 ja da sind wir doch auf unsere 500 so die verhandlungen haben ein bisschen länger dauert liebe zuschauer dafür wird es jetzt umso spannender wir wollen nämlich in die burg und dazu müssen wir nämlich stefan fragen da wie zu hallo so vor wegen den 500 gold stücken ja wie hast du dich entschieden ja wie habe ich mich wohl entschieden na schön hier hast du 500 gold stücke gut wenn du dir genug vertrauen bei den bewohnern verschafft hast kannst du den schlüssel zur burg haben habe ich denn alles geschafft also kann ich mit bruno sprechen mal überlegen der barkeeper findet dass du in ordnung bist hast wohl seinen halben schnaps vorrat ausgesoffen was finko sagt dass man sich auf dich verlassen okay das kennen wir ja alles was unsere ich bin da super klasse schlüssel zu tamura erhalten ich mal gucken wo der schlüssel steckt auf der schlüssel hat er erst mal am speichern dann haben wir das mal abgespeichert an der stelle und da gucken wir mal wo dieser durchschlüssel ist waffen schlüssel hat dann aus da oben könnte er sein hier schlüssel zum burg salta morgen wichtig dann gehen wir auch gleich dahin oder wollen wir jetzt wird sie mich ein bisschen spannender ja woher bist du denn eine stadt wache eine lustige ich bin im burg area sehr schön ach guck mal was ist so alles gibt ja gar ohne den richtigen schlüssel kriege ich das hier auch brauche ich einen kerker schlüssel noch ein kerker ah der ist offen das heißt also hier dürfte auch keiner drin sein logischerweise luxus kerker hier mit kamin drin super klasse aber hier fehlt der probierend ist ja noch kein gefangener drin und das heißt also der kerker hat 12 stockwerk hier nur was versteckt also jetzt sind wir nicht reingekommen können konnten wir nicht reinkommen aber hier unten vielleicht eventuell jawohl gestroht bündel ballen und mit tru er hatte das gedacht hier ist ein bisschen flavor waffen was ist denn das meister gegen das bringt ja uns dann meister gegen so schaden 100 nötliche schicklichkeit 60 habe ich den nein zu wenig dann weiß ich ganz genau wohl dass ich gleich upgrade dann weiß ich jetzt auch dass in vino veritas das wohl richtig geschrieben hat ob das war in vino und jetzt noch mal gucken ob die truhe ja die musik nach heißt sicherheitshalber abspeichern ich habe noch neun die triche so war ich das im kopf habe ich fange mal an achtung abgebrochen ist jetzt nur acht die triche neun Hm, 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 hm. So, jetzt haben wir 55 Gold. Ja, auch schön. So, weiter gehen wir auf Exkursionen hier in den Burghof. Oh, da ist immer ein schönes Glas da hinten. Schönes Glas. Immer schön in die Ecken und Nischen schauen. Da brennt ein Feuerchen. Riecht hier was im Gras. Schöne Burchturm. Da kommt man sogar rein. Da gibt es sogar Gletscherquatsch. Patch. Nochmal Gletscherquatsch. Oh, alles wertvolles Zeug. Nochmal Pech. Flavor Rüstung. Pult. Schinken. Ah, hier gibt es ja ein bisschen was zu essen und zu sylfen. Apfel, Bracholder. Meine Buchkommode. Ne, schreibt. Gut, kann ich mal noch was schreiben? Ne, kann ich nicht schreiben. Feder zum Schreiben ist hier. Aber, ich habe meine Federn doch gar nicht geschrieben. Was ziehe ich denn da eigentlich? Hier haben wir noch eine Truhe. So, gehst du auf? Ja, sie geht auf. Gleich mit 35 Volt. Was haben wir hier ein leeres Blatt? Verwandlung, Blutpflege. Ring der Geschwindigkeit. Römisch 2. Und Verwandlung, Bleilschwanze. So. Aufgrund der Tatsache, dass ich, wenn ich denn irgendwelche Skripte oder Bücher oder Zettel finde, dass ich meistens vergesse, die zu lesen. Das werden wir jetzt gleich sofort erledigen. Brief an die Eltern. Brief an die Schütte. Erpresserbrief. So, versteckter Brief Eisenbart. Ring der Geschwindigkeit 2. Das hat er, Bruno unterstützt mein Experiment. Doch leider musste ich verstellen, dass man Bruno nicht trauen kann. Er will mich betrügen und den Ring für sich behalten. Das erfuhr ich von Telem. Dieser gab mir den Rat, zu der Insel Adarmos zu segeln. Dort werde ich den Ring herstellen. So werde ich ihn dann nach Tamora heimlich verlassen. Beringer. Aha. So, vergrabener Schatz. Das war ja das mit dem Einsiedler. Erzwaffe. Ben Horcog. Genau, der Chroniken von Tamora. Der Dieb. Das könnte es sein. Nee, nee. Der Mann im Kerker. Das muss ich auch noch. Verhold da werden. Ach, die habe ich immer noch nicht. Sollte ich natürlich auch noch holen. Der Stammler. Wo war denn das mit dem... Hier, Ring der Geschwindigkeit. Ich habe von Beringer einen Zettel gefunden. Bom, 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 bom. Okay. Das haben wir damit erledigt. Jetzt geht es hier noch eine Rampe hoch. Was ist denn hier? Okay. Okay, nächstes. Nix. Doch. Bolzenpaket mit 20 Würzchens. Ja, das ist doch schön. Nicht einfach so ein Bolzenpaket rum. Hier noch was? Nö. Okay. Und Jump. Bolzenpaket mit 20 Bolzen. Ich brauche keine Bolzen. Oder brauche ich die? Ich will mich eigentlich immer gerne auf Bogen spezialisieren. Ich will jetzt hier noch was. Ah, lecker. Oh, Schlafe. Mhm. Sampffleisch. Oh, was ist denn das Lustiges? Tritt an die Leiter ran. Na, okay. Dann war das eben versehen. Kann man hier hochklettern. Und hier ist eine Tür. Nein, ist sie nicht. Äh, was ist das da hinten? Okay. Verwandelung Fleischwanze. Stellt mich an. Hier komme ich nicht durch. Gibt es hier irgendwo einen Hebel? Null Hebel. Hier ist alles abgeschlossen. Oh, schön. Oh, guck mal hier. Jetzt gemütlich. Sehr hartz gemütlich. Oh, und. Dann war das auch schon mal. Guck mal noch was. Da gibt es eine Winde. Und hier gibt es was zu trinken. Flo, kann ich hier was trinken? Nö. Gerade. Dann, ähm. Komm mal hier. Wasserfass zum Erfrischen, ne? Ein Schluck Wasser trinken. Null Lebenspunkte regeneriert. Jetzt gut. Ja. Oh, schön. Leuchtet richtig. Komm mal hier so langsam rein. Und hier gibt es auch nichts. Hallo, keiner da? Hm. Wenn er hier, keiner sagt, sind wahrscheinlich alle in Kanada. Ah, Bettchen. Bettchen wollen wir gleich hier betreten, die Betten. Nee. Hier gibt es auch nicht viel. Zu... Doch, ne Wurst. Ne Wurst. Wurst. Ja. Das hat auch mal was Gutes, wenn man nach diesen harten Kämpfen auch mal ein bisschen ruhig... Das ist gut gemacht hier. Ein bisschen ruhig so auf Exkurs gehen kann. In einem sicheren und geschützten Ort. Jawohl. Wo geht es runter? Oh. Oh, nicht. Tabak. Milch. Tür. Da geht es runter. Aber ich habe doch gesehen, dass es da irgendwie noch hoch ging. So aus dem Augenwinkel hier. Ah ja. Und auch erst mal hier. Okay. Türmchen. Schöne Aussicht. Liegt was auf dem Dach. Nein, liegt nichts. Also geht es erst mal runter. Da könnte schon was liegen. Ne, das ist nur so ein Einstrahlung. Und das sieht aber auch noch... Äh... What the f... Uh... Woll die Streckbank hier. Da war wohl einer nicht ganz artig, was? Haben sie da einfach so gelassen. So... In dieser Toten-Ecke gibt es leider auch nichts zu entdecken. Und weiter geht es. Hier gibt es einen Brunninger. Also einen Brunnen. Immer kräftig weiter pumpen. Ach, ich kann schon pumpen. Weil... Auf Attenlos gab es ja auch so eine Pumpe. Ach so, lustig. Eine Wasserflasche gefüllt. Immer kräftig weiter pumpen. Okay. Das heißt also, ich kann mal den leeren Wasserflaschen an dieser Pumpe... Auffüllen. Gucken wir doch mal gleich. Wo sind denn hier die lustigen Wasserflaschen? Da, 53? Nein. 53 Wasser. Nein. Na gut, okay. Das soll jetzt hier unsere... Unsere Exkursion nicht aufhalten. Den wir die ganze Zeit an einem Brunnen mühseligst... Wasserflaschen füllen. Erstmal gucken, was es hier gibt. Das ist schön gemacht. Erinnert mich an irgendeine andere Burg. Und war das Burg Handstein so von der Optik her? Ja, das sieht nach leerem Frachtraum aus. Aber immer mal gucken. Alter. Jawohl. Okay. Dann kommen wir da hinten rüber. Das gucken wir uns gleich an. Nachdem wir hier alles... geguckt haben in den Kanten und quetschen uns mal hier durch. So, dann habe ich nämlich irgendwo... Ach. Mhm. Moment. Ach, so sieht das aus. Mhm. Erstmal hier ein paar Bolzen entfernen. Beile, besser gesagt. Schön. Wo ist das Fleisch? Wer hat denn hier eine heimliche Ecke Feuer gemacht? Das ist verboten. Okay. Also, das Ganze noch mal hier angucken. Ah. Das ist der Vorturm. Okay. Das war der Vorturm. Hier kann ich gut auf den Marktplatz gucken. Schön. Okay. Jetzt haben wir aber hier auch noch einen Weg nach unten. Oder auch hier zum Fenster. Und da ist bestimmt... Der ist nicht abgeschlossen. Und da geht es wieder zu einer Art Kerker. Okay. Ach, hier in der Nähe ist der Schmied. Stopp. Hier war was. Silber nach oben. Genau, ich muss noch Holzstämme sägen. Hält mir noch ein. Aber jetzt gehe ich zur Burg. Jetzt gehe ich zum Burg-Eingang. Beziehungsweise ich versuche zu finden, wo der Burg-Eingang ist. Oder wo ich zu diesem Stadthalter komme. Ist da drüben irgendwie weiter? Oder ist das Dead End? Da sieht noch Dead End aus. Ja, das Dead End. Okay. Wollen wir uns mal hier diesem Hauptkomplex widmen? Der ja schließlich irgendwo eine Tür haben muss. Ein Tor oder ein Gateway. Ach, hier. Geht mir bei euch schon. Oh, schön. Ui, ui, schön bunt. Schöne, bunte Natur. Steine. Ja, da müsste man eine lange Leiter haben, um diese Kronleuchter anzuzünden. Alter, was ist denn hier los? Ich habe mehrere Stöcke. Stockwerke. So, dann haben wir hier in Heinz und da in Heinz stehen. Der sieht mir gefährlich aus und der nicht so. Gucken wir mal, was er hier uns zu sagen hat. Hey, wohin willst du? Hallo. Was ist das für ein Raum? Hier wohnt Fulko, der Berater unseres Stadthalters. Also lungere hier bloß nicht herum. Verstanden? Und warum stehst du hier wache? Damit Typen wie du hier nicht herumschnüffeln. Und jetzt verschwinde. Halt. Was willst du denn hier? Ich gehe ja schon wieder. Aha. Quest, ein zwielichtiger Berater. Den haben wir hier. Hm, vor Fulkos Tür steht eine Wache. Vor der Tür des Stadthalters Bruno aber nicht. Seltsam. Ähm, scheinbar ist Fulko hier wohl wichtiger als der Stadthalter von Tamo. Ja. Hm. Da kommen wir auch nicht rein. Wenn ich nochmal hingehe, ja okay. Das ist klar. Dann werde ich wieder weggeschobst. Und das wird ein Gehilfe sein von Fulko, denke ich mal. Hier. Janus. Hey, Janus. Hallo, wer bist du? Sie wünschen, mein Herr? Wie? Ähm, ja ich. Nun, eigentlich wollte ich zunächst einmal nur wissen, wer du bist. Sehr wohl, mein Herr. Mein Name ist Janus. Schön. Und was machst du hier? Meine Aufgabe ist es, mich um das Wohl seiner Exzellenz, des Fürsten von Tamora, zu kümmern. Des Fürsten von Tamora? Ich dachte, hier gibt es nur einen Stadthalter. Das ist richtig, aber auch wieder falsch. Wie? Richtig und auch wieder falsch? Was willst du damit sagen? Sprich deutlicher. Nun, Bruno war früher der Stadthalter. Nun aber ist Tamora unabhängig. Und Bruno ist jetzt der Fürst dieser Insel. So, so. Möchten der Herr hierzu noch mehr Auskünfte? Nein, erstmal nicht. Danke. Bitte sehr, der Herr. Stets zu Diensten. Der hat wohl einen Hinkelstein auf den Kopf gekriegt. Die wünschen, mein Herr. Wenn jemand Asterix-Bände kennt, oder... Dann weiß ich nicht, was ich jetzt nehmen soll. Erzähl mir was über Vulkor. Was weißt du über den Gefangenen im Kerker, Herr? Was weißt du über den Gefangenen im Kerker? Nichts viel. Der Mann wollte mit seiner Exzellenz sprechen, wurde aber von Vulkor empfangen. Kurz darauf ließ Vulkor ihn festnehmen und ihn in den Kerker bringen. Weißt du, warum ihn Vulkor festnehmen ließ? Nein, tut mir leid. Das entzieht sich meiner Kenntnis. War das alles? Eine Frage noch. Wer hat eigentlich den Schlüssel zum Kerker? Tut mir leid. Aber das darf ich niemandem verraten. Ah, ja klar. Mein Herr. Kannst du mir sagen, ob die Orgflotte hier vorübergekommen ist? Ich bedauere. Ich bin nicht befugt, diese Frage zu beantworten. So, und wieso bist du nicht befugt? Tut mir leid. Aber mir wurde von Seiten seiner Exzellenz strengstens untersagt, zu diesem Thema Stellung zu beziehen. Meine Güte, wo haben die den denn ausgegraben? Und wer kann mir diese Frage bitte schön beantworten? Nun, ich denke doch fürs Bruno. War das jetzt alles, mein Herr? Ja, ja. Das heißt, eine Frage hätte ich noch. Ja, mein Herr? Kannst du auch normal reden? Entschuldigung, mein Herr. Ich glaube, ich habe diese Frage nicht ganz verstanden. Könnten Sie diese bitte noch einmal wiederholen? Vergiss es. Bitte sehr, der Herr. Stets zu Diensten. Er ist doch halt eben nur freundlich. Woher kommst du eigentlich, Janus? Meine Heimat war ursprünglich das Königreich Drakona. Das sich am östlichen Archipfel befindet. Mein Vater war einmal ein angesehener Schneider und Tuchhändler in der Königsstadt gewesen. Zu seinen Kunden zählten die Reisenbürger der Stadt. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Auch der König. Ursprünglich sollte ich sein Nachfolger werden. Aber dann... Ja, dann... Nun, das wird Sie nicht interessieren, mein Herr. Doch, es interessiert mich. Ja, es interessiert uns eigentlich alle. Wir ja wissen, was er quatscht. Doch, das interessiert mich. Erzähle. Aha. Bedauere, mein Herr. Hierüber werde ich Ihnen nichts mitteilen. Ach. Hm. Auf einmal? Überlege es dir. Vielleicht willst du ja doch... Nein. Auf gar keinen Fall. Wir zeigen, mein Herr. Aber das geht Sie gar nichts an. Warte mal. Noch eine Frage. Erzähl mir was über Fulco. Erzähl mir was über Fulco. Über den Berater seiner Exzellenz? Was wollt ihr denn, mein Herr, wissen? Zunächst mal würde ich gerne erfahren, wie er das Vertrauen des Stadthalters gewonnen hat. Den Stadthalter? Ihr meint wohl den Fürsten von Tamora? Für mich als Boten des Königs ist Bruno nach wie vor der Stadthalter. Egal, ob er sich vom König losgesagt hat oder nicht. Entschuldigung, mein Herr. Aber da bin ich anderer Ansicht. Mag sein. Doch das interessiert mich nicht. Also weiter. Warum wurde Fulco so schnell Brunos wichtigster Berater? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß nur, dass seine Exzellenz ihn schon nach kurzer Zeit seinen Berater ernannt hat. Mehr nicht. Na schön. Weißt du vielleicht, woher Fulco gekommen ist? Nein, das heißt... Ja? Was wolltest du sagen? Ach, nichts. Na komm, du weißt doch etwas. Heraus damit. Tut mir leid, mein Herr. Aber ich habe Ihnen hierzu nichts mehr zu sagen. Menno. Aber ihn müssen wir doch irgendwie herauslocken können. Bestechen kann man ihn nicht. Ja, was haben wir denn hier? Ach ja, hier Taschendiebstahl. Ja, das ist der von... Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wir können Matrosen Sven fragen. Ach nee, das ist etwas anderes. Geheimnis des Dieners. Da haben wir es. Janus, der Diener, Stadthalter. Von Tamora scheint an irgendetwas zu leiden. Das haben wir festgestellt. Wenn er sich unbeobachtet fühlt, hat er immer so ein tief trauriges Gesicht. Was kann wohl der Grund hierfür sein? Seltsam ist auch, dass er nicht gerne über die Vergangenheit spricht. Vielleicht kann ich ja hierüber etwas herausfinden. Okay. Der Mann im Kerker. Ja, Diener hat auch was erzählt. Ja, dann würde ich mal sagen, gibt es hier noch was zu entdecken? Oder irgendwie noch höher? Ach, da hinten. Da hinten ist was. Ui, da sind ja Pipels. Fulco, da ist er ja. Hallo, wer bist du? Mein Name ist Fulco. Ich bin der Berater des Stadthalters von Tamora. Und wer bist du? Ich heiße Roland und bin ein Matrose des Kriegsschiff Albatross. Kommandant ist Lord Baldwin. Schön. Doch das interessiert weder mich noch den Stadthalter. Wir haben uns für unabhängig erklärt. König Roba hat bei uns nichts mehr zu melden. Sag das deinem Kommandanten. Und jetzt geh. Ui, 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 ui. Was ein riesen Möp. Ich habe nur eine Frage. Ist die Orkflotte hier vorüber gekommen? Ich werde mich hüten, dir das zu sagen. Und damit es ein für alle Mal klar ist. Die Orks werden schon bald unsere Verbündeten sein. Was? Ihr wollt euch mit den Orks verbünden? Nee, nee, geht nicht. Hast du es an den Ohren? Ich habe es doch bereits laut und deutlich gesagt. Ich glaube, ihr wisst nicht, worauf ihr euch da einlasst. Oh doch, das wissen wir. Das glaube ich dir nicht. Die Orks haben keine Verbündeten, sondern nur Vasallen, die ihnen zu gehorchen haben. Ihr werdet daher niemals richtig frei sein, wenn ihr euch mit denen einlasst. Das lass mal unsere Sorge sein, du Oberschlauer. Ihr oberster Anführer Kahn hat uns ein Bündnis angeboten, wenn wir bereit sind, seinen Kriegern die Tore zu öffnen. Klar. Und wenn die Tore einmal offen sind, wird sich Kahn an dieses Bündnis nicht mehr erinnern. So sieht es nämlich aus und nicht anders. Ich warne dich. Noch ein Wort und ich lasse dich in den Kerker werfen. Ich dulde es nicht, wenn du unsere Verbündeten verdächtigst. Jetzt mach, dass du rauskommst. Ich habe meine Zeit schon lang genug mit dir vergeudet. Ui, 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 ist der Böse. Und wer bist du? Du bist Bruno. Seid ihr der Stadthalter dieser Insel? Ja, ich bin Bruno, der Stadthalter von Tamora. Ich habe aber keine Zeit, mit dir zu sprechen. Rede mit meinem Berater Fulco, wenn du etwas von mir willst. Ja. Ich würde gerne etwas über den Stammler wissen. Ich würde gerne etwas über den Stammler wissen. Über den Stammler? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Meinst du, ich hätte nichts Besseres zu tun, als mich um irgendwelche Geister und Gespenster zu kümmern? Sprich lieber mit einem Diener Janus hier rüber. Der kann dir sicher mehr über den Stammler sagen. Erst letztens hat er mir eine Gespenstergeschichte aufgetischt, die einfach unglaublich ist. Angeblich soll es in der Burg spuken. Lächerlich. Langsam habe ich den Eindruck, dass hier alle durchdrehen. Ja, dann werde ich mal an dieser Stelle mal schön die Folge beenden, damit es ja auch spannend bleibt. Und ich denke mal, dass ich in der nächsten Folge auch mal auf Schiff zurückgehe. Ich muss nämlich noch Holzstämme sägen und hacken. Also, danke fürs Zuschauen, Daumen, Kommentar, alles klar und Tschüss.